Es ist 14.50 Uhr, als Sami Khedira zum Medizincheck in Berlin-Tegel ankommt. Schon davor wurden letzte Vertragsdetails in der Berliner Geschäftsstelle am Olympiastadion geklärt. Hertha gelingt damit ein Sensationstransfer im Winter. Khedira wird sich der Hertha wohl bis Sommer anschließen und soll neuer Mittelfeldchef in Berlin werden. Für Khedira ist es eine Rückkehr nach elf Jahren im Ausland. Im Sommer 2010 wechselte er von seinem Ausbildungsverein Stuttgart zu Real Madrid. 2015 ging es weiter zu Juve. Dort saß er zuletzt nur noch auf der Bank. Sein Vertrag in Italien wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Juve ließ ihn nun ablösefrei nach Berlin ziehen. Der Hauptstadtclub befindet sich trotz großer Transferausgaben im Abstiegskampf. Bruno Labbadia wurde als Trainer gefeuert. Paul Dardai will Hertha wieder auf Kurs bringen. Und dabei soll Khedira jetzt mithelfen.